Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier bei Feuerland auf der Messe in Essen, neben mir sitzt die Inga. Hallo Inga. Hallo Jörg. Jetzt habe ich mir einfach gedacht, wir machen mal eine Kurzvorstellung zu den ganzen Neuheiten. Naja, manche sind schon die eine oder andere Woche im Monat draußen, aber damit ihr einen Überblick bekommt, was es alles bei Feuerland gibt, das eine oder andere Spiel wird es natürlich auch im Nachgang bei uns noch geben, sodass wir dann nochmal einzeln darüber berichten. So, fangen wir an mit einem älteren Spiel, kann man schon ein älteres Spiel sagen, also auf jeden Fall ist es schon eine Weile raus. Dinosaurier Island, grafisch sehr speziell. Geschmäcker sind verschieden, okay. Es ist für 1 bis 4 Spieler 12 Jahre und geht durchaus 2 Stunden, also das muss man durchaus rechnen. Ja, das stimmt. Also es ist sehr variabel von der Spielzeit. Es gibt unterschiedliche Aufträge, je nachdem wie viele Aufträge erfüllt wurden. So ist das Spiel dann vorbei. Es gibt für eine lange Spieldauer eine mittlere und eine kurze Spieldauer, also damit kann man das schon ein bisschen anpassen. Aber es ist schon ein längeres Spiel und es geht um einen Dinosaurier-Themenpark. Wir bauen unseren eigenen Park auf mit Attraktionen, mit Dinosaurier-Gehegen, wo wir dann auch noch unterschiedliche Dinos bauen, diese wunderschönen pinken Dinos dann da draufsetzen. Die geben uns später Punkte, aber jeder weiß, Dinos sind gefährlich. Die erhöhen halt auch die Gefährlichkeit oder den Bedrohungslevel im Park, sodass wir unsere Sicherheit anpassen müssen. Das passiert dann hier über solche Laborausbauten. Über diese Laborausbauten können wir dann auch Dinos klonen oder züchten. Dafür brauchen wir aber erstmal DNS, die wir uns in einer Phase anhand dieser Würfel dann holen. Und das ist einfach sehr schön. Man kann Experten anheuern. Natürlich gibt es dann noch Besucher, die uns im Park besuchen. Die sind in diesem wundervollen knatschgrünen Beutel drin. Also Material ist schon schön. Man darf sich jetzt von der Farbe nicht beirren lassen, alles auf die Farbe machen. Vom Mechanismus ist es dann so ein Worker-Placement-Spiel? Genau, es ist ein Worker-Placement-Spiel, wo man halt seine Arbeiter und seine Wissenschaftler einsetzt, um halt verschiedene Dinge zu erreichen, wie DNS sammeln, wie die Laborausbauten nutzen, Gehege bauen und so weiter. Und man muss dann halt gucken, je nachdem, wie hoch der Bedrohungslevel ist und mein Sicherheitskonzept kann es halt auch sein, dass Besucher gefressen werden, was mich dann wieder Siegpunkte kostet. Und dann kostet mich auch Siegpunkte, ich kriege weniger Siegpunkte. Und es ist einfach ein schönes Worker-Placement-Spiel mit einem Jurassic-Park-Thema. Da fragt man sich natürlich all das, oder von der Angabe 1 bis 4 Spieler ist eine Solo-Variante drin. Das wäre das Erste. Vielleicht da noch ein paar Infos dazu, weil es gibt doch einige, die gerne Solo spielen. Und dann von der Personenanzahl. Funktioniert es unabhängig von der Spieleranzahl gut? Oder macht es eher Spaß, sich zu zweit gegenseitig ein bisschen den Park unsicher zu machen, beziehungsweise in dem Fall zu aktivieren? Also ich finde, es funktioniert zu zweit genauso gut wie zu viert. Die Solo-Variante habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Da gibt es dann so extra Ziele, die man erfüllen kann oder erfüllen muss, statt diesen normalen Aufträgen, wo man dann halt Punkte für bekommt. Aber es funktioniert eigentlich in jeder Spielerzahl gleich. Wie ist jetzt die Resonanz zum Spiel? Klar, du sagst natürlich super, aber was macht den Reiz dieses Spieles besonders aus? Ist das das Thema in dem Fall auch? Der Park? Weil Parkspiele sind ja durchaus beliebt. Es gibt ja auch andere Spiele, wo man gerne im Park mit arbeitet in dem Fall. Was ist jetzt der Reiz des Spiels? Ich glaube, für viele Spieler ist es tatsächlich das Thema. Einfach weil ganz viele Jurassic Park geguckt haben und hey, jetzt können sie ihren eigenen Dinopark aufbauen und die Besucher können gefressen werden wie in Jurassic Park. Und ich glaube, das Thema macht da sehr viel. Gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Ja, auch dieses Spiel gibt es schon ein bisschen länger im Handel. Peter Ruzdemeier, um auch mal den Autor zu nennen, in dem Fall auch bei Feuerland. Zwei bis vier Spieler, 30 Minuten. So, und hinten drauf steht ab 14. Und dann erwartet man ja natürlich ein gehobenes Spiel, aber die Grafik spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen wahrscheinlich auch 14. Genau, wegen der etwas freizügigeren Grafik ist es ab 14 vom Spielmechanismus her, ist es eher ab 8 bis 10 Jahre. Was muss man hier machen in dem Spiel? Man muss Runensteine sammeln. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Wenn man entweder acht insgesamt, vier gleiche oder fünf verschiedene hat, hat man gewonnen. Und man geht auf ein Abenteuer, deckt Abenteuerkarten auf, die sehen so aus und nimmt sich dann die beiden Würfel, würfelt damit, die da abgebildet sind, würfelt und guckt dann, wie gut man die Bedingungen erfüllt. Und dann kann man seine Würfel noch modifizieren mit Einmalikarten, mit Schätzen wie diesem hier oder mit seinem Barbaren. Und man schlüpft in die Rolle eines Barbaren und möchte halt Runensteine sammeln. Und entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Und ja, dann ist der nächste Spiel einer. Also ein lockeres Kartenspiel, wo man sich jetzt nicht vom Alter blenden lässt, durchaus wahrscheinlich schon ab 8 Jahre spielbar, denke ich mal. Also Familienniveau in dem Fall, kann man das sagen, oder schon ein bisschen drüber? Familienniveau. Das ist bei uns in der blauen Linie erschienen, was ja eher so kleine Würfelspiele oder einfachere Spiele umfasst. Und das passt auch gut da rein. Also es ist ein kleines, schickes Würfelspiel als Auftakt oder Absacker oder einfach mal zwischendurch. Und ist nicht schwierig. Schnell gespielt und ja, mit etwas kultiger Grafen. Und damit sind wir beim nächsten Spiel, in dem Fall eine Neuheit. Jetzt kann man es auch wirklich sagen, in dem Fall Herbstneuheit Crystal Palace vom Autor Carsten Lauber. Praktisch sein erstes großes Spiel, der Brocken kann man schon sagen. Auch Altersangabe ab 14 Jahre, 2 bis 5 Spieler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und eine Spielzeit, die je nach Spieleranzahl kürzer sein kann, also 60 Minuten. Es kann aber auch mal locker 3 Stunden geben, das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also die 60 Minuten, das schafft man auch nur zu zweit. So viel sind es dann schon 1,5 bis 2 Stunden. Eher 2. Es kommt ein bisschen darauf an, wie geübt man ist. Die Regeln sind gar nicht so schwierig, sie sind eigentlich relativ eingängig. Aber das Ganze ist sehr miteinander verzahnt. Also es ist ein Dice-Placement-Spiel, ein Würfeleinsatzspiel, wo man auf unterschiedliche Orte hier seine Würfel einsetzt. Man ist nämlich eine Nation, die zur Weltausstellung 1851 sich besonders gut präsentieren möchte. Und man ist quasi in der Vorbereitung davon und möchte dann Personen anheuern. Man möchte Patente sich besorgen, die man dann später in Prototypen umwandelt und baut. Man muss seinen Einfluss im Westminster steigern. Man möchte möglichst viel Werbung machen über die London Times, um was zu generieren. Also positives Gerede. Und diese ganzen Mechanismen, die sind sehr miteinander verzahnt, sodass es schon ziemlich komplex ist. Und dadurch ist das Alter dann auch 14 Jahre. Es ist auch sehr interaktiv, weil man immer mit den anderen Spielern um die Plätze hier auf diesen Aktionsorten wetteifert. Das Spannende an diesem Spiel ist auch, dass man die Augenzahl der Würfel selbst bestimmen kann. Man stellt sie geheim parallel ein und muss aber jede Augenzahl, die man einstellt, bezahlen. Jedes Würfelauge mit Geld. Man hat aber nur 40 Pfund am Anfang. Und die sind sehr schnell weg. Das heißt, man kann dann gezwungen sein, einen Kredit zu nehmen. Es ist auch Ressourcenmanagement mit dabei. Ja, es ist einfach sehr viel, was man beachten muss. Aber von den Regeln her relativ eingängig. Die hat man nach einer Runde eigentlich schon drin. Da will ich nämlich gleich ein bisschen Luft draus nehmen. Wenn man nämlich in die Regeln reinschaut, dann ist das recht übersichtlich. Das heißt, man liest diese, glaube ich, 10, 15 Seiten. So viel ist es gar nicht. Aber die Komplexität nimmt dann zu praktisch, wenn man dann merkt und die erste Partie spielt. Und ja, genau, das meine ich halt von den Regeln her, ist es relativ einfach. Aber man ist erst mal erschlagen von den Möglichkeiten, die man hat. Und muss dann auch erst mal reinkommen. Also man muss die erste Partie eigentlich als Übungspartie ansehen, um mal reinzukommen. Was kann man überhaupt alles machen? Und dann kann man anfangen, die Sachen miteinander zu verknüpfen und sich eine Strategie überlegen. Was möchte ich jetzt wirklich machen? Worauf möchte ich spielen? Und ja, genau, da muss man schon gucken, dass man sich da ein bisschen reinfuchst. Weiter geht's mit Terra Mystica, die Händler. Wer geglaubt hat, das war's jetzt mit Terra Mystica. Nein, es gibt in dem Fall eine neue Erweiterung. Beziehungsweise die ist auch voll gespickt. Nicht nur ein paar Plättchen, sondern die ist echt voll. Wir haben es jetzt einfach mal so ausgebreitet, dass ihr auch seht, wenn ihr die Schachtel aufmacht. Praktisch wie so ein Unboxing in dem Fall, wie das aussieht. Weiter haben wir den Spielplan in dem Fall und hier die Anleitung, aber die Inga kann ein bisschen mehr dazu sagen. Genau, also Terra Mystica, die Händler, ist eigentlich eine Fan-Erweiterung sogar. Die ist gar nicht von Helge und Jens. Die haben da noch ein bisschen dran rumgeschraubt, aber eigentlich die Idee stammt von Fans auch und größtenteils entwickelt. Was haben wir? Wir haben Schiffe dabei und ein neues Gebäude, die werft, um die Schiffe ins Spiel zu bringen. Mit den Schiffen kann man sich besser ausbreiten und mit den Gebäuden der Mitspieler Handel treiben. Und es gibt halt auch zwei neue Spielpläne, die dann, ihr seht, auch nochmal mehr Wasser haben, beziehungsweise ein bisschen anders aufgebaut sind. Die kann man auch nur mit dem Basisspiel spielen. Das geht auch. Genau, für die Werft gibt es ein extra Tableau, was dann immer für jedes Volk, das dann angelegt wird, an das normale Völkertableau. Und es gibt für die Schiffe natürlich dann auch noch extra Aktionen, Gunstplättchen und neue runden Endplättchen dabei. So, und damit wären wir, ja, ich will nicht sagen beim Highlight, aber darüber freuen sich natürlich sehr viele, dass es jetzt zu Flügelschlag eine Erweiterung gibt, in dem Fall eine Europa-Erweiterung. Ja, in dem Fall das Boxmaß, das hat doch manche gewundert, die haben sich doch ein bisschen anderes Maß vorgestellt, aber jetzt haben wir einfach mal reingeguckt, was in der Box ist. Und Inga, du kannst schon ein bisschen mehr sagen, was alles in der Box steckt. Das sind ja nicht nur Karten in dem Fall, wo man vielleicht anfänglich erwartet. Nein, also natürlich sind Vogelkarten dabei. Es sind 81, glaube ich, europäische Vögel. Man sieht auch den Eisvogel, Elster, also halt wirklich auch bekannte Vögel mit einer neuen Fähigkeit, die dabei ist, die am Rundenende aktiviert wird. Und in der Regel guckt man bei einem Mitspieler, wie viel der von etwas hat und bekommt dann etwas dafür. Also, damit die Interaktion auch nochmal ein bisschen gesteigert wird, beziehungsweise man mehr auf die Mitspieler achtet. Dann sind neue Futtermarker drin, es sind noch ein paar mehr Eier drin, nochmal ein Wertungsblock und auch ganz spannend, es sind neue Zielplättchen dabei, die sich halt nicht nur auf Eier in bestimmten Lebensräumen oder Nestern beziehen, sondern zum Beispiel auch auf Futtermarker im eigenen Vorrat, auf die Anzahl an Vögel mit braunen Fähigkeiten, Vögel in einer Reihe, in einer Spalte, Vogelkarten auf der Hand, also das gibt nochmal, finde ich, zumindest auch nochmal einen richtigen Schub, um das Spiel nochmal interessanter zu machen. Und wie gesagt, natürlich die europäischen Vögel, da freuen sich sehr viele drauf. Ich habe mich auch riesig darüber gefreut, dass es tatsächlich als erste Erweiterung europäische Vögel gibt. Okay, das Ganze wieder mit so einer Box, also die ist ja wirklich die Schachtel voll. Das alles, was ihr jetzt seht, auch die Schalen, das ist alles in dem Fall dabei, auch andere Eierfarben, klar, je nach Version dann. Weiß man schon, wo die Reise weitergeht oder sagen wir das lieber, wenn ich jetzt die Kamera ausschalte? Ich weiß es schon, woran hier Elisabeth arbeitet, aber das ist noch alles ganz inoffiziell, deswegen glaube ich auch noch gar nichts zu sagen. Aber man darf sich freuen, wenn man Fan von Flügelschlag ist. Ja, auf jeden Fall. Noch ein bisschen was rausgequetscht. Die Box, die dabei ist, die ist auch nicht nur für diese Erweiterung, sondern das ist auch für zukünftige Erweiterungen dann, wo man dann auch noch neue Vogelkarten unterbringen kann. Herzlichen Dank für die Infos. Gerne. Gerne.